Handy, hallo meine lieben Leute! Und ja, hi, ich möchte mal wieder eine Ankündigung für euch machen. Und zwar möchte ich heute mal wieder einen Ocarina of Time Livestream machen von The Legend of Zelda. Das ist schon der sechste Livestream und ja, ich habe ja lange, lange Zeit keine Livestreams mehr gemacht. Und ja, ist bei mir immer noch so ein bisschen schwierig, weil ich momentan nicht so viel Zeit habe und immer was dazwischen kommt. Und ja, ich bin ein bisschen im Stress. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und deswegen würde ich mich besonders freuen, wenn ihr dann heute Zeit haben würdet, wenn ihr, wenn ich auch Zeit haben würde. Denn ich möchte heute Livestream. Und zwar ist heute Samstag, der 6.7.2013. Und mal wieder mache ich meinen Stream auf Twitch und werde wahrscheinlich, hoffentlich, zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr anfangen. Ich weiß nicht, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Kann auch sein, dass ich ein bisschen früher anfange oder auch ein bisschen später. Ich hoffe aber nicht, dass es später wird. Und ansonsten werde ich dann den Livestream einfach verlängern, nach hinten raus, damit wir wenigstens noch ein bisschen was schaffen. Der Link zum Stream ist wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, ich werde den Schattentempel wahrscheinlich machen. Davor werde ich noch so ein paar andere kleine Quests machen. Und ja, ansonsten habe ich, glaube ich, gar nichts mehr so großartig zu sagen. Ich würde mich für immer freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Und ja, ich hoffe, dass ich das alles pünktlich schaffe. Gut. Also, bis dann. Ich freue mich auf euch. Tschüss.